Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Gude mit einem weiteren Video zur PlayStation 5. Es geht um die PS5 Slim. Von vielen erwartet, von vielen erhofft, von vielen gewünscht. Eine PlayStation 5, die kleiner ist als das aktuelle Modell. Und dass man sich das wünscht, kann ich natürlich nachvollziehen, denn es ist schon ein Ocolyt. So nenne ich meine PS5 auf alle Fälle und habe sie, sage ich mal, zu 80% der Zeit auch brav hinter meinem Monitor versteckt, damit ich nicht dieses große, große Gehäuse sehen muss. Ich finde, ästhetisch gesehen ist es suboptimal. Da mag ich jetzt nicht die Form meinen, sondern halt wirklich einfach die Größe der Konsole. Und ich bin damit nicht ganz alleine. Wir haben natürlich auch, ja, ich habe mal ein paar User-Kommentare zusammengetragen, zum Beispiel von Sony X. Da kommt sowieso noch eine Pro-Variante mit 1 bis 2 TB. Aber dann holt man sich die oder Mr. Skyline A sagt, nee, ich warte auf eine Slim. A ist die technisch ausgereifter und B wird sie wahrscheinlich die Hälfte kosten. Die Hälfte war, da mag ich wirklich ehrlich gesagt nicht mitgehen bei dem Gedanken. Besonders wenn man bedenkt, dass Sony gerade den Preis nach oben geschoben hat, statt ihn nach unten zu korrigieren. Der halbe Preis für eine PS5 SIM halte ich für sehr, sehr, ja, positiv gedacht. Aber günstiger auf jeden Fall. Das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Und was spricht denn alles dafür? Wir haben ja mehrere Sachen. Zum einen ganz, ganz wichtig, ich habe euch letzte Woche die verschiedenen Konsolen-Hardware-Revisionen vorgestellt. Momentan aktuell beim 1200er-Modell oder beim 12er-Modell, wie immer man das nennen mag, sind wir. Und hier gibt es auch weitere News, denn bereits letzte Woche habe ich mitgeteilt, die Konsole braucht 20 Watt weniger, hat kleinere Kühlkörper. Und da haben sich die Jungs von Astrognomics das mal ganz genau angeschaut und festgestellt, ja, wir haben neue Prozessortechnologie. Bedeutet, der SoC wird jetzt hergestellt im 6-Nanometer-Prozess. Und das bedeutet weniger Wärme, weniger Strombedarf, aber auch natürlich weniger Hitzeentwicklung, weniger Bedarf für Kühlung. Und weniger Bedarf für Kühlung bedeutet automatisch natürlich die Möglichkeit, auch ein kleineres Gehäuse zu generieren. Und damit gehen wir dann halt in Richtung PS5 Slim. Und da gibt es noch weitere News dazu. Aber vielleicht sollten wir erstmal ganz kurz natürlich auch auf den Kostenfaktor gucken. Denn, wie gesagt, Mr. Skyline schrieb ja, die wird die Hälfte kosten, was ich wie gesagt selber bezweifle, aber sie wird günstiger sein können. Denn wenn wir wechseln beim SoC auf einen 6-Nanometer-Prozess, bedeutet das für Sony automatisch, dass sie bei gleichen Kosten 20% mehr herausbekommen. Das bedeutet also eine 20%ige Ersparnis für Sony bei der Chip-Herstellung. Das ist schon mal gut. Wie gesagt, wir haben gerade eine Erhöhung vom Preis erlebt. Das spricht dann nicht unbedingt dafür. Aber ich brauche halt weniger Material. Ich brauche generell weniger Material für die Kühlung. Ich brauche weniger Material beim Gehäuse. Ich brauche, ja, ich gewinne 20% bei der SoC-Produktion. Da könnte man am Preis auf alle Fälle wahrscheinlich was drehen. Momentan wird davon ausgegangen, dass Sony ca. 12% weniger zahlt für die Produktion der PS5, als das noch zum Release der Fall war oder bei der letzten Produktionsvariante noch dem B-Modell, dass dort, wie gesagt, 12% eingespart werden. Das ist schon mal ein sehr, sehr guter Hinweis auf alle Fälle und lässt natürlich hoffen auf geringe Preise und nicht nur auf geringe Preise, sondern vielleicht auch eventuell auf mehr PlayStation 5-Konsolen. Das ist ja jetzt die Frage, wo genau hakt es bei Sony? Wo genau hakt es, dass man nicht mehr Konsolen produzieren kann? Das kann natürlich an vielen Stellen der Fall sein. Sollte es am SoC liegen, dann könnte Sony in Zukunft 20% mehr Konsolen auf den Markt werfen, was massiv wäre natürlich, was schön wäre, was die Verfügbarkeit erhöhen würde, was den Preis drückt, was die Scalper endlich mal wieder von Ebay herunterbekommt, sage ich mal, oder halt die Anzahl derer, die halt mit großem Gewinn versuchen, um PS5-Konsolen zu verkaufen auf Ebay und anderen Plattformen, dann ja ein bisschen die Geschäftsgrundlage nimmt. Das wäre wirklich sehr, sehr schön. Das wäre eine ganz tolle Sache. Was spricht jetzt für die Slim natürlich noch? Und da ist es ganz entscheidend, es gibt eine Quelle aus dem Sony-nahen Bereich, die natürlich nicht genannt werden möchte, die sagt, es wird eine PS5 geben, das sogenannte D-Chassis, also das D-Gehäuse, das ein abnehmbares Laufwerk beinhaltet. Dort wird es einen zusätzlichen USB-C-Anschluss an der Rückseite geben. Ob dieser jetzt zusätzlich ist oder ein vorhandener Wegfeld, ist jetzt erstmal dahingestellt. Und dort wird dann dieses abnehmbare Laufwerk angeschlossen. Nicht montiert, angeschlossen. Die Montierung wiederum ist das Interessante. Dort heißt es auf alle Fälle, dass es so sein soll, dass es nicht ästhetisch negativ auffällt. Weil so ein abnehmbares Laufwerk, was man neben die Konsole stellt, das sieht einfach dröge aus. Das ist 70er Jahre. Das mag man sich überhaupt gar nicht optisch vorstellen, was einen dort erwartet. Und da soll Sony auf alle Fälle eine gute Lösung haben, dass also auch das angebrachte Laufwerk nicht wirklich schlimm aussieht. Nennen wir es schlimm. Nennen wir es schlimm. Beim Namen einfach. Sondern sich wirklich in das Bild der Konsole selber einfügt. Und es wird dementsprechend dann auch die Möglichkeit geben, Bundles zu erwerben. Also sprich eine PS5 Slim inklusive Laufwerk. Oder halt eine pure PS5 Slim. Oder, und das ist auch natürlich für viele, viele Leute interessant, die Möglichkeit, das Laufwerk einzeln zu erwerben. Das bedeutet, wenn ihr jetzt halt hier momentan aktuell euch eine PS5 ohne Laufwerk geholt habt und jetzt denkt, ach Mensch, ich würde doch gerne mal auf dem Gebrauchtmarkt irgendwie mir eine CD kaufen. Oder besser gesagt, natürlich eine Blu-Ray ist es ja keine CD. Aber ich nenne das Gute immer noch, obwohl es Blu-Ray sind, ein CD-Laufwerk ist egal. Das würde ich gerne zusätzlich haben. Dann könnt ihr dieses Laufwerk halt auch an eure vorhandene PS5 anschließen. Dann wird es natürlich wahrscheinlich ein bisschen dröge sein von der Optik her. Besonders, weil der USB-C-Anschluss natürlich am aktuellen Modell an der Front ist. Und das macht das Ganze nicht schöner, aber praktischer. Das auf jeden Fall. Die Möglichkeit zu sagen, im Nachhinein, ach, ich rüste ein Laufwerk nach. Und das ist eine sehr, sehr interessante News. Und ich denke, dass das Ganze wirklich dafür spricht, dass wir eine Slim bekommen. Und zwar wann. Das ist ja natürlich auch das Wichtige. Und da gucken wir auf die momentanen Abstände. Und die liegen meist bei circa einem Jahr. Auch durch das habe ich euch im letzten Video genannt. Circa ein Jahr dauert das immer, bis sich die Konsole sozusagen weiterentwickelt. Das bedeutet dann hier in diesem Fall, die 1200er kamen im September 2022 und dann die 1300er oder die Slim, die 23er, wie immer sie so nennen werden, könnten wir dann im September nächsten Jahres erwarten. Auch da sind natürlich wieder viele Faktoren, die das Ganze beeinflussen. Denn weiterhin gibt es, wie gesagt, Chip-Krisen. Es gibt ganz viele Probleme in Lieferketten und Ähnlichem. Aber trotz dieser Umstände hat ja momentan Sony den ungefähren Jahresabstand eingehalten. War teilweise bei der PS5 von Modell 1 zu Modell 2 sogar noch ein bisschen zügiger als früher. Da denke ich, dass das wirklich sehr, sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass wir dort dann halt wirklich im September nächsten Jahres ein neues Modell sehen. Ist es dann eine Slim? Das ist natürlich ein großes Fragezeichen weiterhin. Ich denke aber, es spricht dafür, da sage ich mal, wie die Konsolen bisher erschienen sind, ganz, ganz viel für das Slim-Modell Pro. Was das Pro-Modell betrifft, dem kann man auf alle Fälle in der Richtung eine Absage erteilen. Denn auch hier sagt die Sony-nahe, anonyme Quelle, dass die PlayStation kommen wird mit denselben Hardware-Fakten wie aktuell. Nur halt, wie gesagt, anderer Fertigungsprozess, andere Möglichkeiten des Designs, abnehmbares Laufwerk und so weiter. Aber die Hardware intern würde sich nicht ändern. Auch das ist hier die Aussage. Aber wie immer ist das natürlich hier alles nur Mutmaßung. Das ganz oben drauf. Ich möchte nicht, dass ihr mir im September 2023 dann schreibt, hey Goodie, was hast du für einen Scheiß erzählt? Es gibt keine Slim. Ja, dann ist es so. Es ist eine anonyme Quelle, die nicht genannt werden möchte. Es gibt Indizien, die dafür sprechen. Es gibt eine Line-Up. Es gibt ein Line-Up bei Sony, was dafür spricht, dass es so kommen wird. Pro ist weiterhin mit einem ganz, ganz großen Fragezeichen versehen. Eine Pro-Variante, besonders halt mehr interner Speicher, wäre ja zum Beispiel auch wahnsinnig schön. Also nicht nur einfach halt hier die Möglichkeit zu haben, mehr Power zu haben, sondern auch einfach mehr Speicher zu haben. Denn ohne SSD-Erweiterung kann ich mir die PS5 beinahe gar nicht vorstellen. Und deswegen, mehr Speicher ist natürlich eine Sache, die einem immer gefällt. Und das war es von mir zur PS5 Slim. Eure Meinung? Dazu gerne unten in die Kommentare hinein. Was denkt ihr? Was meint ihr? Wird das Ganze kommen? Und da bin ich sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Und was haltet ihr davon? Haltet euch zusätzlich jetzt auf einmal dann doch vielleicht zu eurer laufwerklosen PS5 ein Laufwerk kaufen zu können? Würdet ihr das nutzen? Wäre das interessant für euch? Ja oder nein? Auch das wie immer gerne in die Kommentare. Ich danke euch fürs Dabeisein. War das Video hilfreich? Hat es euch gefallen? Denkt an den Daumen nach oben. Würde ich mich sehr drüber freuen. Abonniert den Kanal, wenn euch geschehen. Verpasst ihr hier weiter kein neues Video. Ich sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming. Euer Goodie.